Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blair Witch, wo hier glaube ich das Monster wieder ist, denn wir haben einen sehr lauten Geigerzähler. Wo geht's denn lang? Hier. Das Wand. Fick dich doch, du blöder Penner! Oh Gott! Ich muss ja erstmal Beruhigungstoilette nehmen. Ich hab gerade angefangen mit der Folge, ne? Ich hasse Jumpscares, ich hasse Jumpscares. Wir können nicht nach oben. Was? Ashley? Wo hat er denn das gelesen? Irgendwo steht's hier anscheinend. Eww, geh weg, alter! Okay, es ist weg. Boah. Zielstart ist des ersten Untersuchungsberichts. Unvollendete Zusammenfassung. Aufgrund von Fehlern bei der Aufklärung sind die feindlichen Streitkräfte auf die Position unserer Truppen... Okay. Eww. Das ist echt wahnsinnig lautes Wasser. Aufmerksam geworden. Ach so, die Position unserer Truppen von der anderen Seite und da aufmerksam geworden. Dadurch konnten sie einen Überraschungsangriff ausführen. Gefallene Kämpfe Alan Palmer, Ashley Elwood, Roscoe Hayward, Oliver Marley, Sylvester Boyce und Keith Forst. Äh, Keith, doch, Keith Forst. Was soll der Frost sagen? Ich hab doch schon wieder diese Störgeräusche hier. Hallo? Ich sehe aber nichts. Er hat seinen Schuh verloren, als er weggeflogen ist. Das ist voll der Zwiespalt mit den Stöckern. Das ist hinter der Wand, oder? Das hört sich ein bisschen weiter weg an. Hier dahinter vielleicht. Okay, was ist das schon wieder? Hä? Hier dahinter? Oh, das ist so ein Ding, was man umtritt? Jetzt hört sich's... Warte mal. Hört mal, jetzt hört sich's an, als wär's komplett rechts. Und jetzt, als wär's komplett links. Das ist bestimmt hinter der Mauer irgendwo. Nee, 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 nee. Wenn die das will, machen wir das nicht. Alles, was die will, lassen wir. Ich hab gesagt, nein, mach die Tür auf. Okay, ist hier dahinter. Aber da kommen wir ja gar nicht ran. Oder ist das nur zum Irre machen? Könnte sein. Oh, ist das vielleicht eins höher? Keine Ahnung, gehen wir gucken. Das hört sich halt immer noch mega nah an. Als wär's hier drin. Okay, höher geht's nicht. Ist hier drin? Einmal nichts. Hier hängt's. Das ist schade, dass ich die nicht wenden kann, wenn ich die aus den Stöckern hole. Wow, okay, wir sind im Sägewerk gelandet. Ist hier unten was drin? Nee, ich konnte beim Sägewerk auch nicht reinkriechen. Nee, geht hier auch immer noch nicht. Okay. Das kennen wir vom Video, erinnert ihr euch? Ich denke immer, wenn der... Oh, bitte lass mich nicht gerade im Sessel hängen. Danke. Oh. Immer wenn... Wenn so ein Sessel falsch rum hingestellt ist, hab ich das Gefühl, dass dort dahinter sich was befindet. Oder nicht dahinter, aber da draufliegend. Sodass man... Hier, dein Stuhl blutet. Du hast quasi... Blutigen Stuhl. Aha! Seems familiar somehow. Seems familiar somehow. Maybe I have to rewind. Okay. 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 Ach Quatsch. Ich wollte diesen hier machen. Ich bin auf einem falschen Video, hä? Äh. Schatten. Mord. Jagd. Maschine. Beerdigung. Freundesmord. Gefahren. Brotkommenspur. Buine. Haha! Er ist hier, dein Schatten. Gruselig. Wer von euch erinnert sich daran, dass ich vor ein oder zwei Folgen gesagt hab, dass der quasi... Oder... Dass der unser Schatten ist? Erinnert ihr euch noch daran, Leute? Okay. Huh! Lecomio, Bruder! Verpieß dich doch! Och, shit! Okay. Wir müssen hier lang. Müssen wir hier lang? Oh, wo muss ich denn lang? Muss ich hier rein? Muss ich hier lang? Hier ist eine fucking Wand. Kann ich hier lang? Bin ich richtig? Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich lang muss, ne? Oh Gott, hör doch auf! Okay, ich muss hier lang. Spur. Halt die Fresse. Okay. Okay. Ja, einfach genug. Er ist einfach nur komplett genervt von allem. Mit seinem Horr. Okay, okay, okay. Hoch geht's nicht. Runter. Runter ist doch immer gut, oder? Runter ist gut. Okay, ist hier dahinter. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Wo geht's denn lang? Ah, hier geht's lang. Und dann? Durch die Sonnetür hier? Ist das richtig? Halt die Schnauze. Oh Gott. Gucken wir mal, ob wir uns die ganzen... Okay, sind die Grabsteine noch? Oh Gott, ich trau mich gar nicht, hoch mehr zu gucken. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist vom Spiel. Okay, wir sind wieder in unserem bekannten Zimmer. Ist das ja schon mal was? Okay. Ist das ein begabter Schnitzer oder irgendwie sowas, hm? Okay, okay, okay. Geht's schon wieder von vorn los jetzt? Ganz schön windig im Flur. Okay. Geht das auf? Nein. Das geht auf, danke. Oke. Okay. 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 Ah ja! Warum schreit der immer do it? Was hat er denn davon, wenn ich was mache oder eben nicht mache? Weil das unsere crazy Seite ist oder was? Ah ja, so ein Element. Okay. Das ist eine Frau aus dem Krieg. Das ist nicht, äh, Jess. Hä? Was klingt denn jetzt hier so schleimig? Eww. 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 Okay. Okay, okay, okay. Okay. Da steht schon wieder der Typ. Wer bist du, Alice? Oh, f*** dich doch ans Knie. Was? Vorsicht. Okay, der läuft hier durch die Gegend. Muss ich ihn lang? Wenn du hinsiehst, bist du tot. Folge diesen Weg. Welche denn dann? Dem hier? Hm. Weiß ich ganz so richtig. Ach nee, wirklich. Deswegen habe ich vielleicht auf den Boden geguckt, du Schlaumeier. Okay. Warte mal, wenn ich so... Oh Gott, das kann ich nicht machen. Laufen wir ultra langsam. Okay, hier geht es irgendwo gleich nach rechts rein, ne? Okay. Ich gucke einfach an die Wand. Und jetzt drehe ich mich um. Ich glaube, er ist hinter mir, aber ich höre ihn irgendwie an zwei Seiten. Das macht es echt schwierig. Okay, ist ein Couch. Hier geht es lang. Okay. Okay, da ist er auch wieder... Wow! Mann! Leck mich doch am Arsch! Okay, er ist hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Ich gehe einfach nur so gut, ich kann an den Wänden lang. Mann! Oh, das ist ein beschissenes Element. Dann hätten sie es irgendwie anders lösen müssen. Dass man wenigstens ihn noch sieht oder dass es komplett zappenduster ist und man sieht seine Silhouette oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber ich sehe ihn ja überhaupt nicht an. Hier scheint er jetzt ja irgendwo zu kommen. Deswegen versuche ich jetzt mal hier lang zu gehen oder so. Aber er wird mich trotzdem kriegen. Halt die Fresse. Oh my God! Muss ich lang? Hier geht's rein? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von der Hausstruktur, wie das hier alles aufgebaut ist. Bin ich im fucking Kreis gerannt? Muss ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube, wenn es so rot wird, ist das gut, ne? Also gut in dem Sinne, dass wir weiterkommen. Frage diesen Weg. Follow this way. Das heißt, have it your way. Geht's noch um? Nein. Bin ich den ganzen Weg zurück an den Anfang gelaufen? Marionette. Bin ich wirklich an den Anfang? Bin ich so im Kreis gelaufen, dass ich wieder am Anfang bin? Oh Gott! Oh Gott! Das ist nicht dein Ernst, ne? Okay, dann Rückwärtsgang. Woran stecke ich hier fest? An der Tür? Ich gehe jetzt einfach hier schräg durch den Raum. Ah, ich bin schon am nächsten. Hervorragend. Okay, hier geht's gerade nicht lang. Ich muss aber hier irgendwo lang. Hier. Okay. Gibt's denn nichts? Okay. Geh dran vorbei, geh dran vorbei und lass es dich nicht jucken. Einfach dran vorbei gehen. Okay. Okay. Okay, wir gehen jetzt mal hier lang. Wir gehen hier ganz schnell lang. Okay. 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 Okay, hier ist gleich wieder was, denke ich mal. Ich bin doch schon wieder am Anfang. Oder bin ich hier richtig? Hier ist doch die dreckige Anfangstür. Oh, ich raste aus, ne? Wir rennen jetzt, Leute. Ist mir scheißegal. So. Wo? Hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Hier gibt's nur einen Weg. Hier kann man nur... um diese dreckige... Kurve. Es geht nur hier lang. Hat der Maul. Jetzt werden wir hier gleich geholt. Hier ist Follow Your Way. Oder diesen Way. Da ist er. Oh, Gott. Danke, Herr im Himmel. Mach die Tür zu. Oh. Was ist los? Du kannst dich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, nicht wahr? Ja, weil er dreckig verschmiert ist. Was? Was ist denn nun schon wieder? Bitte keine Monster mehr. Die Monster sind scheiße. Kann ich beide Wege nehmen? Was passiert hier? Das ist nur ein kleiner Raum. Ah ja. Okay. Okay. Liebe Leute, ich sehe gerade, dass wir schon wieder bei 22 Minuten sind. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich heute noch so viele Folgen aufnehme. Ich habe eigentlich gedacht, es ist bald vorbei. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Aufnahmepause und legen wir im nächsten Mal wieder los, wenn es heißt Let's Play Blair Witch. Bis dann. Tschüss.